Und auf einmal ist der Hellbeck sehr gut gemacht, dass er nicht einfach verschwindet, sondern er in Anführungszeichen mit Sinn wegkommt. Alter! Okay, weiß ich Bescheid. Alter! Was ist das? Und warum ist das? Scheiße! So, jetzt, jetzt! Lauf, 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 lauf! Sehr gut! So, lauf, 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 lauf! Da ist schon alles! Das ist vielleicht... Ah doch! Sehr gut! Was ist das? Was ist das? Ja genau! Wow! So. Jetzt sind wir wenigstens hier durch. Ah. Ähm. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo mir das Ding was bringt. Halten wir uns einfach mal da an. Alles klar! Ich wusste nicht, dass das hier auch noch weiter geht. Gut, dann... Halten wir uns halt... Ne? Ein Stück weiter. Ja, ungefähr da. Also, dann haben wir es jetzt, äh... So. 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 Jetzt räuchten wir es auf der anderen Seite. Hier. Uh. Das ist nicht schön. Let's not nice! Dann geht's los. Dann kommt man dann raus. Könnte, könnte, könnte. Komm, er ist eher da. Hä? Ah, so sieht's gut aus. So, jawohl! Aha! Oh, wo ist jetzt der Torland? Jo, da fliegen die Teile weg. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, du Quirk. Was ist das? Äh, das ist dort. Ach so. Ist das hier schon gar nicht mehr relevant, oder was? Okay, wir müssen uns quasi in den Offbeatparken beruhigen. So. Ah, du hast jetzt fast gelegt. Warten, 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 warten. Jetzt war's vielleicht zu früh. Wart. Drauf, drauf. Jawohl, jawohl, jawohl. Ach, komm, geht's weiter. Warum nicht? Mir wurscht. Hebel gedrückt. Mal gucken, was passiert. Ach ja, natürlich. Komm, töten wir da ein paar Menschen. Ach nee, da sind wir damit. Was ist das für ein Spiel? Ach ja, natürlich. Warum denn jetzt auf einmal? Ach so, weil's da unten, die, die, die... Äh, versteh. Genau, es hat hier nicht mehr das Gelb. Ach ja. Ach ja. Wart. Oh, drüber. Komm, 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 komm. Das schafft man. Das schafft man. Das schafft man nicht. Shit. Dann müssen wir's... Ja, ungefähr so machen. So. Ja, komm, das... Ja, komm, das... Ah, 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 ah. Nein! Das hat einen Zentimeter gefehlt. Das bin ich ein bisschen zu spät losgelaufen. Aber das können wir... Oh, ich muss mal überlegen, wann ich ihn mal rauf will. Mensch, ich bin auch schon wieder dabei am Aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt alles abkackt. Äh... Na gut, das können wir rein. Ja, jetzt, 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 komm, 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 Junge. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, haha. Ach genau. Was auch immer das für diese Maschine ist, ist verdammt sinnvoll. Was? 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 Da musste ich jetzt ein bisschen noch wieder... Ja. Ups. Gut, das ist egal. Jetzt kann ich den abwarten. Hier. Und jetzt. Oh, ach, das hat geklappt. Oh. Das war Zufall. Reiner Zufall. Sehr gut. Da bin ich aus Versehen zu früh losgerutscht, aber das war dann im Endeffekt genau richtig. Hier ist so echt lösende Musik, so Zielmusik von wegen... Ah, alles ist gut, dabei haben wir alle so eine Schallwelle, die uns zerfetzt. Und Druckwelle. Aber hier noch ein Rädchen. Nein, aber nicht. Nein, natürlich nicht. So, hier haben wir ein Bädchen. Hm, das ist doch nicht. So, wo kann ich das eigentlich nicht? Mit Warnlicht. Ups. Ich glaube, das geht jetzt sehr schnell. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Zumindest die Druckwelle ist ja. Okay. Zumindest die Druckwelle. So. Okay. Ich müsste nicht. Ah, also... Pfff. Was soll das? Nein. Ich kann nichts machen. Ja. Super Sache. Komm, da raus. Hä? Ja, äh. Ja. Hallo? Ja gut. Da würde ich auch ertrinken. Ähm. Dann muss ich wieder an das rote Gitterwasser ist. So. Nach unten. Meister. Nach unten. So. Luftloch. Boah. Boah. Gibt's noch was? Nee. Der sieht relativ leer aus. Gut. Ähm. Pfff. So. Okay. Also ich glaube, ich muss meine Aussage von eben revidieren. Von wegen atmosphärisch. Das kann das Spiel auch schon ganz schön gut. Pfff. 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 Ich dachte erst, es geht rechts lang. Äh. Ja. Natürlich. Hm. So. Hopsa. Hopsa. Jawohl. Ho. Eieieiei, das macht nicht fertig, das Spiel. So, was haben wir hier? Eine rote Treppe. Dann müssen wir wieder einen Runden runter durch. Das geht. Das geht auch ohne U-Boot. Ich höre gern mein U-Boot wieder. Ist zwar an Landen ein bisschen nutzlos, aber ich jetzt gern wieder. Oh ja. Ich verstehe. Aha. Okay, dann anders. Jo. Was? Ach so. 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 Gut, machen wir es eben so. Komm mal hier. Da ist dieses blöde... Kack, blöde. Kann ich da. Irgendwie. Scheibe kaputt und kaputt. Ah. Mann ey, das ist blöde. Das ist... Da musste ich grad noch was trinken, vor lauter Aufregung. Und nein, kein Alkohol. So. Hupsa. Mann ey, das blöde Fies. Ist das jetzt hier auch? Oder ist hier gar kein Fenster? Nö. Da müssen wir runter. Gut. Nein. Nein. Blödes Kackvieh. Kann man das kaputt hauen? An den Schnüren mitnehmen? Nein. Genau. Was scheint ein anderes zu sein, oder? Oh, oh. Äh. Natürlich überleben wir nicht so lange ohne Luft. Entschuldigung. Tauchen, tauchen, tauchen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Tauchen, schwimmen, schwimmen. Tauchen, tauchen, schwimmen, schwimmen. Ja, genau. Jetzt kommst du hinterher. Ich werd verrückt. Blöde Mistfieder. Ich hätte eigentlich fast gerne geschaut, was es mit uns anstellt. Oh. Ich glaub, das sehen wir jetzt gleich. Ähm, okay. So ein blödes Kack... Naja, ich hab's mich von... Ja. Natürlich behattet, bis es sich da von hinten anschleichen kann. Nee, ist es... So. Zuppel. Oh. 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 Wo geht's denn hin? Na, da hin. So. Okay. Da haben wir eine zweite Leiter, das ist gut. Das heißt, das war's mit dem Zuppel-Fieder. Ja. Ja. Und jetzt? Hä? Ja, natürlich. Äh. Klar. Springen wir einfach mal wieder rein ins Wasser. Kann ich auch nix mitnehmen. Okay. Auf geht's. Ups da. Hätte ich nicht noch die Tür zumachen können? Äh, hätte ich nicht noch die Tür zumachen können? Nein, scheinbar nicht. Ups da. Äh. 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 Das Ekel hier. Das ist so nervig, dieses... Naja. Oh, achso. Äh. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Schwingling. Hä? Hä? Ja, was sollen wir denn hier tun? Das war in jedem Fall... Erfolgreich! Das ist doch nicht wahr! Dann ist das sofort da... Boah! Hä? Was sollen wir denn hier machen? Schwimm, kleiner Junge, schwimm! Schwimm, 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 schwimm! Schwimm ruhig weiter. So. Okay, dann müssen wir da wohl irgendwie wieder zurück. Und haben das vielleicht so lange gemacht. Ich wollte es nicht. Wir schauen mal. Swing. Swing. Äh, ja, das war falsch geschwungen. Ich muss mal probieren. Knöpchen. So. Swing. 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 Naja, okay. Äh. Hä? Das ist komplett nutzlos. Jetzt ist es vermutlich gleich da. Ja, da haben wir es doch. Hä? Ich verstehe nicht, was wir machen sollen. Da ist auf jeden Fall das Schwimmvieh. Hier hinten geht es nicht sonderlich weiter. Wunderlich. Müssen wir es mal ausprobieren. Sorry. Ach doch. Ein zweiter Knopf. Wie hilft uns da der Haken? Ja, dass man ein bisschen Vorsprung gewinnt, ne? Hm. So. Springt das was? Ich sehe dieses Wasservieh auch nicht. Und wo es jetzt ist. Das sieht aber gut aus. Äh. Abspringen. Ne. Das hat uns gar nichts gebracht. Das ist ja wunderprächtig. Jetzt sinkt das da ab. Wenn wir jetzt hier einfach... Dann kommt das da schon gleich angeschissert. Knöpchen mit dem Fuss. Das Knöpchen gedrückt. Okay, aber... Hä? Irgendwas fehlt doch gerade in meiner Rechnung. Ist die Kette so niedrig, dass wir da wieder drankommen? Ja, natürlich... Ja, natürlich... Du blöder Scheißpupp, du! Tja, jung. Ah, es soll... Ich... Äh. Dann müssen wir vielleicht da ins Wasser hüpfen und wieder an die Kette hüpfen, damit das Vieh ein bisschen verwirrt ist, oder? Das klingt doch eigentlich fast nach einem Plan. So. Nö, da kommen wir gar nicht dran. Hm, gut zu wissen. Ja, da kommen wir gar nicht dran. 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 Untertitelung des ZDF, 2020